Jetzt ist das an. Guten Morgen, Welt. Ich bin sehr, sehr müde. Wo kommen wir denn her? Aus Berlin. Wir haben heute Nacht zusammen in einem Zimmer geschlafen. Du hast in meinem Zimmer geschlafen, weil du kein Zimmer hattest. Ja. Ich will nur sagen, dass ich sehr, sehr müde bin. Und, ähm, ich fahre mir sein. Aber es wird gut. Bitte geht nicht nach Hause! Auf! Apreschis einmal im Jahr. Das ist Revital-Lift. Das macht müde Männer munter. Das ist eine Aufpolsterung der alten Haut bei mir. Besser, wenn man mich heute nicht sieht einfach. Schlafschild. Ja, schlaf. Ehrlich, Bayern. Tschüss! Heute wird richtig wild, Freunde. Heute wird richtig wild. Heute haben wir Universal mit. Heute haben wir das ganze Kamerateam. Hier haben wir so eine Kamera in die Hand gedrückt. Guck, da kannst du alles filmen. Jetzt filme ich für euch mal das wunderschöne Garmisch-Badenkirchen. Guck mal, da hinten. Wir wollen Wolle, Wolle Petri. Diese Liebe, die vergeht nicht. Sag mal, können wir noch beim Zugspitzblick, können wir da noch kurz stehen bleiben und an Zugspitz, Spitzblick, äh, Foto machen? Das ist halt der Vorteil, wenn du den Job als Stimmungssänger machen darfst, darfst du solche Sachen sehen, nämlich den wunderschönen Ausblick zur Zugspitze. Wow! Wow! Und jetzt holen wir noch eine Murmeltiersalbe. Murmeltiersalbe ist gut für den Rücken. Das ist die originale. Murmeltiersalbe. Eine Tiroler Fahne, was die Tiroler Fahne noch mitnimmt. Wahnsinn, ne? Ich hab alles. Schöne Fahne hast du da irgendwo. Ischgl! Guck mal! Hola, señor! Hallo, wir sind da. Schönes Wetter. So geht's los jetzt. Da, da, da. Ich bin wieder da in Tirol in Ischgl. Flipper aus. So, wir haben einmal für dich vorbereitet. Warte, wir haben eine Suite. Wir haben eine Suite bekommen. So, wir müssen langsam mit Schwung kommen, weil jetzt fünf, dann ist Sauna, dann ist jetzt noch Gym, dann 19 Uhr essen und dann ist Auftritt. Guck mal, du schönen Stuber. Schön ist das. Guck mal, wenn jetzt hier noch Schnee wäre. Schönes Ding. Schön. Ich geh, wir sind da. Wunderbar. Ich weiß nicht, dass du so und so wieder nicht verlieren gehst. Ich hab nur gesagt, die Sportlichen. Die Sportlichen nehmen die Treppe und fahren mit dem Fahrstuhl. Das ist der kleine Sport. Geh jetzt nicht gleich danach wieder irgendwo auf die Liege. Der geht hundertprozentig. Schön reingehen. Alles da. Die großen haben einen gerade gefangen. Was ist los? Die wilde Fahrt. Stopp Ural. Zwei Minuten Luft. Zwei Minuten Luft. Mich verkräumt für alles. Geh auf den Fahrrad. Mach das auch jetzt mal. Das ist noch viel schöner. Heute knallt es richtig. Wenn der Lorenz Büffel heute kommt. Heute haben wir Eurovisionstechnisch alles da. Lorenz Büffel is coming. Holland, Belgien, Schweiz, Österreicher, Party Deutschland und Italiener sogar. Die meisten müssen sich heute wirklich markant dem Büffel schön zaubern. Ja, wir sind in freudiger Erwartung würde ich sagen. Weil verstehen werden sie mich nicht. I know he's very famous. Das ist doch viel, viel entspannter als Sport. Guten Appetit. Guten Siehst du aus. Ich hab heute mal Wolle angezogen, weißt du? Ja, tatsächlich. Heute erst gehört. Hier Wolle Petri. Würde ich gerne mal live sehen. Der mit der Kappe und den Hörnern. Zimt-Crotons mit einer riesigen Schaum-Süppchen-Sahnig. Ist das lecker lecker? Das darf man alles erleben. Man darf das alles erleben. Und den besten Käse. Deswegen Habrischi. Es ist unfassbar. Guten Appetit. Guten Appetit. Lass es schmecken. Was ist mit dir? Ich kann nichts essen. Das weißt du doch nicht. Das geht nicht. Genieße es. Genieße es. Auf dich. Prost. Ist das lecker. Gucken wir mal. Ja, ja. Das ist so ein Ausnahm. Aber ich gehe davon aus, dass es wirklich international wird. Deswegen lassen wir es Johnny. Depp, depp, depp. Johnny, depp, depp. Midnight und Johnny und Midnight. Darf den ja nicht machen. Den Gänse. Midnight Lady. Aber ich habe ihm versprochen, dass ich immer zum DJ-Pult nach hinten gehe. Weil wir am 28.04. die Premiere zusammen feiern wollten. Midnight Lady. An der Bar. Midnight Lady, wir sind da. Trinken ist auch Sport. Kennen die in Italien auch. Belgien auch. Willkommen in unserer kleinen WG. Jetzt haben wir gerade gegessen. Und jetzt machen wir uns fertig für den Auftritt. Wollte ich jetzt sagen, bei uns ist Hygiene sehr, sehr hoch angeschrieben. Mit den Händen. Das ist ein Nasenhaartrimmer. Tut das weh? Nein. So, wir gehen jetzt runter an die Bar. Trinken noch ein alkoholfreies Bier. Und dann geht das los. Dass ihr hier seid. Dass wir das möglich gemacht haben, alle zusammen an einem Ort zusammen in Afrischi zu feiern, macht mich sehr glücklich. Ich liebe euch. Das ist so aufgeregt. Tschüss. Wie aufgeregt bist du? Heftig. Ich verstehe mich halt nicht. Ich mache das halt wirklich sehr, sehr gerne. Aber die Aufregung, kommt es an, kommt es nicht an? Können sich die Gäste mich schön saufen oder nicht? Yes. Ampersi ist halt wirklich eine Nummer schärfer. Weil hier auch natürlich jeden Tag Sport gemacht wird. Auf der Piste. Alle Hände hoch. Der Büffelmann kommt jetzt. Fünf. Bitte geht nicht nach Hause. Fünf. Die Hände höher. Drei. Ihr Wahnsinnigen. Zwei. Ich hab Freibier. Eins. Hier kommt Lorenz Büffel. Ausflippern. Hier kommt der Wissenmann. Tülec von Badermann. Fünfzig Liter Freistil. Wir sind der Start. Heute haben wir Heimspiel. Alle singenrad. Hundertbeter Staffel-Sau. Wir kommen in Feuer. Macht die nächste Flasche auf. Alle Hände hoch. Wir sind alle durch, trainiert und athletisch, trinken ist auch Sport, trinken ist auch Sport, besser am Glas als du, hey, das geht nicht. Trinken ist auch Sport, trinken ist auch Sport. Wir sind alle durch, trainiert und athletisch. Trinken ist auch Sport, trinken ist auch Sport. Besser am Glas als du hey, das geht nicht. Trinken ist auch Sport, trinken ist auch Sport. Scheiß auf den Job, scheiß auf mein Geld. Egal was du sagst, egal was du denkst, ich möcht' nur eins, ich möcht' mein Glück. Alles egal, ich will mal zurück. Sehr hübsche Lady auch. Hast du viel Glück gehabt? Seid ihr schon brav, oder? Sehr schön, nur die Liebe zählt. Hilft die Hände hoch, die Hände nach oben. Jetzt haben wir noch eine Nummer. Sie heißt Midnight Lady. Alle Hände nach oben. Alle Hände hoch. Midnight Lady an der Bar. Midnight Lady, wir sind da. Midnight Lady, fühlst du das? Unsere Liebe geht durchs Gas. Midnight Lady an der Bar. Midnight Lady, wir sind da. Midnight Lady, fühlst du das? Unsere Liebe geht durchs Gas. Dankeschön, Kuhstall. Habt ne geile Party. Das war Loris Mümmel. Auf Wiedersehen. Alter, die sind wahnsinnig. Hier guckt den ganzen geilen Menschen. Wo ist die Stimmung? Das war super. Hexenkessel. Ischgl, ihr habt das ja gerade gesehen. Das war Wahnsinn. Kuhstall Ischgl, was haben wir hier erlebt? Was haben wir hier erlebt, oder was? Kommt hier hin, kommt in den Megapark. Kuhstall Megapark, Megapark. Kuhstall, euer Loris Mümmel. Ich hab die Kamera jetzt wieder in der Hand. Was denn? Guten Morgen, sag doch mal was. Hallo, guten Morgen Ischgl. Dankeschön Ischgl, Dankeschön Tirol und bleibt fröhlich. Passt auf euch auf. Jetzt geht's weiter. Nach Obertauern. Tschüss. Und Sölden. Tschüss. Und Kaltenbach. Tschüss. Und Meierhofen. Und Innsbruck. Tschüss. Und Schweiz. Tschüss. Und dann nach Mallorca. Rrrr.